Gut, es ist der Astronaut mit K und F am Klavier. Menschen schlafen auf der Straße zu jeder Zeit. Man geht vorbei, guckt schon gar nicht mehr so hin. Manche betteln oder verkaufen Zeitungen. Doch man ignoriert sich schon aus Reflex. Doch nur der Astronaut dort oben sieht keine Unterschiede mehr. Zwischen Menschen oder Kulturen. Ich weiß, das ist manchmal so schwer. Ich weiß, das ist manchmal so schwer. Man gewöhnt sich so schnell an den ganzen Dreck. Die Trauer weilt nur kurz, weil jeden Tag was passiert. Selbst die Nachrichten können nicht mehr schockieren. Doch nur der Astronaut dort oben sieht keine Unterschiede mehr. Zwischen Glauben oder Kohle. Ich weiß, das ist manchmal so schwer. Und während wir Müll trennen, um zu recyceln, zu Menschen in Abfällen etwas zu essen. Und während wir unsere Scheiße mit Trinkwasser unterspülen, verdosen, verdosen Menschen anderswo. Und während für uns ein Liebeshaus, ein Weltuntergang ist, kämpfen Menschen Tag für Tag ums nackte Überleben. Schleifung am 19. Und während wir etwas trinkerstellen. Aber wir müssen uns überlegen, um zu spannen, um zu einem guten Versuch in Abfällen an zu schütten, oder wie wir sind. mit einem Schleifung anbremsen, Formen anbremsen und einem Schleifung anbremsen. Und wenn wir dann hier aufpassen, Vielen Dank.